Wenn ich erzähle, dass ich organisatorische und verwaltende Tätigkeiten übernehme, da kann man sich nicht wirklich viel darunter vorstellen, oder? Also konkreter, gerade bin ich im Produktmanagement und lege Artikel für den Bechtle-Shop an. Das Ergebnis sieht dann jeder, der bei Bechtle online geht. Klar, ich shoppe selbst online. Gerne. Und viel. Aber da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, was dahinter steckt und was alles dazugehört. Dann durfte ich es selbst anlegen. Mein erstes Produkt. Was brauche ich jetzt alles? Mal notieren. Das Produkt selbst natürlich. Texte, technische Details, Preis- und Bechtle-Nummer und Produktfotos. Das alles pflegte ich in unser wahren Wirtschaftssystem ein. Noch ein wenig Recherche und Pflege, etwas Feinschliff und schon sahen die Bechtle-Kunden das Produkt im Shop. Dann kamen die ersten Bestellungen. Und da merkte ich, dass ich einen Beitrag leiste. Ein Teil von etwas Großem bin. Das fühlt sich gut an. Fühlt sich zukunftsstark an. Bechtle eben.